So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Ich bin eigentlich total müde, ich bin so fertig und im Arsch. Hannes ist da. Hallo Hannes. Moin. Kurz vorab, es gibt eine neue Umfrage im Community Tab auf YouTube, da könnt ihr ja mal gucken, weil hier ist ja jetzt noch das Zekrom drin, als Kanalmaskottchen für den Dezember gewesen. Wir suchen das neue Kanalmaskottchen für den Januar, was sich wieder aus den kommenden Raid-Bossen zusammensetzt. Die vier interessantesten habe ich rausgesucht, in den Tab gestellt und ihr könnt da abstimmen, welchen von den vier ihr am besten findet. Der wird dann das Kanalmaskottchen sein, was uns dann begleitet bei diversen Infovideos oder in Streams auf Thumbnails, so ein bisschen neben Raupi natürlich, weil der ist for life. So, jetzt aber eine kurze Infofolge aufnehmen. Ich nehme das hier am 29. abends auf für den nächsten Tag, 15 Uhr. Nur, da sollen ja immer die Pokémon-Sachen kommen, denn es ist für Januar das nächste Eierlei-Zugang-Ticket angekündigt. Es gab für den Dezember schon ein Eierlei-Zugang-Ticket. Es war schon angekündigt, dass es dreimal dieses Ticket geben wird. Im Dezember, im Januar, im Februar eben. Die komplette Season hat jeden Monat so ein Ticket, was den ganzen Monat gilt, mit besonderen Boni. Die sind beim letzten Ticket exakt die gleichen wie bei diesem Ticket und werden auch exakt die gleichen sein wie beim nächsten Ticket. Der Preis ist auch wieder der gleiche. Ich habe ein Ticket gehabt, weil ihr mir ein Ticket geschenkt habt. Ich habe scherzhafterweise damals das Video genannt, 5,99 Euro für einen Kaumalad. Diesmal müsste das Video eigentlich heißen, 5,99 Euro für einen Ticket, denn das ist wohl der größte Unterschied. Es sind drei Pokémon, die halt jeweils dann in den Fokus gesetzt werden. Im Dezember war es Kaumalad, jetzt ist es Ticket und im Februar wäre es wohl wahrscheinlich Hisui-Akani, nicht Hisui-Fukano, so rum, genau. Was steht jetzt hier aber alles drin? Ihr seht ja auch ein Geschenk, ihr seht ja auch eine Brutmaschine, weil wer das Eierlei-Zugang-Ticket noch gar nicht kennt, dem kann man hier zeigen, was da alles steht. Das Ding ist vom Montag, dem 1. Januar aus 10 Uhr verfügbar bis Mittwoch, 31. Januar, 20 Uhr. Ihr kriegt nämlich wieder eine Forschung, also wer sich dieses Ticket holt, kriegt eine kleine Forschung, wo er den ganzen Monat lang Zeit hat, die zu machen. Und am Ende eben eine Begegnung winkt, mit eben damals Kaumalad, jetzt dann eben halt Hockertick, aber mit dem Ticket bekommt ihr noch mehr. Ob das jetzt gut oder schlecht ist oder wichtig oder nicht, das könnt ihr ja für euch selbst entscheiden. Eierlei-Zugang, die Boni im Januar. Diese Boni werden auch ab dem Tag des Erwerbs des Tickets, also frühestens dann am 1. Januar, könnt ihr dann den ersten Boni erhalten. Bis 31. Januar, also 31 Tage lang, kriegt ihr dann eine Einweg-Brutmaschine für den ersten gedrehten Pokestop oder die erste gedrehte Arena des Tages. Das war im Dezember so, das fand ich ganz gut. Ich muss ja eh so Platin-Medaillen erwirtschaften, da ich Free-to-Play auf dem Habanero-Account unterwegs bin. Waren diese Brutmaschinen toll, um einfach mal ein zweites Ei auch zu brüten und die Medaille ein bisschen zu pushen. Ich habe auch noch etliche Brutmaschinen davon übrig, gab es viele Leute, die gesagt haben, ja, das ist nichts wert. Ihr bezahlt 6 Euro für 30 Brutmaschinen, das sind aber nicht 30 Brutmaschinen, das sind ja nur 10 Brutmaschinen. Weil eine normale Brutmaschine kannst du dreimal einsetzen, aber die einmalige ja nur einmal. Also es sind 30 Tage, aber trotzdem theoretisch nur 10 normale Brutmaschinen, weil es ja 30 einmalige sind. Für mich waren es trotzdem 30 Brutmaschinen extra, 30 Eier extra, die ich brüten konnte für 5,99, die ich selbst nicht bezahlen musste. Da haben manche schon gesagt, das alleine lohnt sich schon für 5,99 diese tägliche Brutmaschine. Aber die Meinungen sind gespalten. Dann, man erhält dreifache EP für den ersten Fang des Tages. Man erhält ja sowieso mehr EP für den ersten Fang und man erhält mehr EP und Staub und alles für den ersten Pokéstop, Dreh und den ersten Fang. Jetzt ist es halt nicht mehr, sondern ist sogar dreifach dafür. Macht das das Schwein jetzt fett? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht, weil das ist halt das erste Pokémon und das war's dann. Und wenn ihr an einem Tag halt nur ein Pokémon fangt, naja, dann kommt nicht viel rum, auch mit dem Ticket nicht. Wenn ihr an einem Tag aber richtig rumgreinet und so, dann kriegt ihr ja sowieso genug. Da ist das eine da drin jetzt nicht so besonders. Also das würde ich da gar nicht beachten. Ihr könnt bis zu 50 Geschenke pro Tag öffnen. Finde ich zum Beispiel gut. Auf dem Hauptaccount hätte ich mich damals mega gefreut, denn wir hatten ja immer das Limit, dass man nur 20 öffnen konnte. Dann konnte man 30 öffnen, dann ging es runter, da konnte man mal 40 öffnen bei diversen Events. Jetzt mit dem Ticket könnt ihr 50 pro Tag öffnen. Das ist schon viel. Fühlt sich gut an. Da ihr mit möglichst vielen Leuten dann eben auch interagieren könnt, denn die können euch öffnen, ihr könnt die öffnen. Das Limit ist nicht so schnell erreicht. Manche Leute haben aber vielleicht nur 30 Freunde und die haben eh schon alle geöffnet. Dann brauchen die das gar nicht, dass die jetzt noch 50 öffnen können, wenn sie niemanden mehr haben zum Öffnen. Wer also richtig viele Freunde hat und richtig viel Wert auf Geschenke legt, der kann davon profitieren. Nächster Punkt wäre, ihr könnt 150 Geschenke pro Tag verschicken. Normalerweise habt ihr das Limit von 100 Geschenken. Mit dem Ticket könnt ihr am Tag 150 verschenken. Das ist für die meisten wohl auch komplett uninteressant, denn nur die wenigsten werden am Tag 100 Geschenke verschicken. Manche machen und drehen vielleicht eine Runde, haben dann 20 Geschenke im Beutel gehabt, sitzen abends da, verschicken noch die 20 Geschenke und mehr gibt es dann nicht. Die wenigsten machen sich die Mühe, immer wenn sie 20 Geschenke haben, die zu verschicken, wieder 20 zu sammeln, die zu verschicken, 20 zu schicken, 20 zu schicken, 20 zu schicken. Bis sie die 100 erreicht haben und jetzt noch mehr Stress haben, weil sie nicht nur 100, sondern 150 verschicken können und das dann eben auch wollen und müssen. Das heißt 50 öffnen ist cool, 150 verschicken ist absoluter Stress und würde jetzt hier vielleicht auch nicht unbedingt rein fliegen. Denn ihr könnt bis zu 40 Geschenke im Beutel aufbewahren. Das war beim letzten Event ja so, das hat man mit dem Ticket so gehabt im ganzen Dezember. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass ich das nach dem Event noch einen ganzen Monat lang hatte. Finde ich gut, dass wenn ich wirklich mal zum Einkaufen fahre, dass Gottscha an ist, ich dann zurückkomme, ich 40 Geschenke im Beutel habe und dann 40 verschicken kann. Als wenn bei 20 Schluss ist und ich nur 20 verschicken kann. Aber auf die 100 komme ich nicht jeden Tag, da habe ich keine Zeit mehr, ist alles zu mühselig, deswegen 150 verschicken, nix, 40 im Itembeutel ist nett, aber das ist jetzt nix, was du dir für Geld unbedingt auf lange Frist kaufen müsstest oder brauchst. Was hier also am interessantesten für mich wäre, wären wirklich die Brutmaschinen, aber die stehen ja in der Kritik, dass das ja ein weg sind und nicht diese dreimaligen, deswegen gar nicht 30 sind, sondern eigentlich nur 10. 10 für 6 Euro, wie ist die Relevanz dazu? Lohnt sich das, wenn man den Rest auslässt? Falls das jemand schickt, ist das cool, also wenn das jemand schenkt, ist das cool, braucht er nicht, aber die Eier, die werden irgendwann voll sein mal oder auch eben nicht. Ich werde auch mit anderen Platinmedaillen das irgendwann erreichen und naja, diese befristete Forschung, die es dazu gibt, beinhaltet einfach nur extra EP, extra Sternenstaub und eine Begegnung mit Toggetik. Da ist wieder 6 Euro für Toggetik bezahlen, ne, das findest du so oft genug, das kannst du entwickeln, das kannst du raiden, das kannst du was weiß ich, also 6 Euro für Toggetik, da würde ich ganz klar sagen, nein, das braucht man nicht. Also das ist so ein Ticket, ich nehme es, wenn es mir jemand schickt, ich würde aber keinem empfehlen, das zu schicken und nein, ich stelle nicht extra das aus, dass man mir Tickets schicken kann, weil es soll ja jedem die Wahl gegönnt sein oder die Gelegenheit gegeben, auch mal was zu giften. Viele freuen sich immer beim C-Day-Ticket, dass sie diesen 1 Euro bezahlen können und man dann im Stream diese Forschung löst und dass die genannt werden und das ist toll. Und das C-Day-Ticket stehe ich auch immer voll dahinter, dieser 1 Euro lohnt sich, das ist cool, da ist viel drin. Das ist jetzt was, wo ich sage, lass die Finger von, das ist jetzt nicht so krass, nicht so nützlich. Wer aber da die Gelegenheit nutzen möchte, mal ein Ticket zu giften, um dann auch nochmal erwähnt zu werden, kann ja das gerne machen. Ich würde euch aber davon abraten. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr das Dezember-Ticket gehabt? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Werdet ihr euch das Januar-Ticket holen? Dann schreibt es mal in die Kommentare und ich werde dann bald sehen, ob ich plötzlich nur noch 40 Geschenke im Beutel habe, nur noch 20 Geschenke im Beutel habe oder immer noch weiterhin 40 in den ganzen Monat und 50 aufmachen kann. Aber auch die besten Freunde werden irgendwann hochgelevelt sein, deswegen macht euch da keinen Stress. Brutmaschinen, okay, aber gönnt Nijendik nicht so viel Kohle, nicht für sowas. Seedate-Ticket, 1 Euro, okay, aber das, würde ich mich freuen, wenn das gar keiner kauft bei sich selber und einfach quer die Leute sich stellen und sagen, nee, jetzt reicht es, das nicht. Und das kommt ja dann im Februar eben nochmal. Und da hast du dann vielleicht am Ende, Schatz, Togetic, wirklich nur Hisui Fukado drin. Der Rest ist gleich, das ist immer wieder das gleiche Prinzip, lohnt sich das, lohnt sich das nicht. Ich sage, es lohnt sich nicht. Das war jetzt aber nur meine Meinung, ihr könnt eure reinschreiben. Bis zum nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.